Möchtest du den schnellsten und einfachsten Weg lernen, dein Stresslevel innerhalb von kürzester Zeit runterzubringen, ohne erst 20 Minuten zu meditieren, eine Mindfulness- oder Sportübung zu machen? Denn oftmals befinden wir uns ja nun mal in Lebenssituationen, wo genau solche Übungen dann nicht gehen. Ja, worüber ich gleich rede, hat nichts mit externen Hilfsmitteln zu tun, wie Supplements etc., sondern kommt zu 100% aus dir selbst. Und das ist jetzt kein Hokuspokus-Voodoo-Zauber, den ich dir hier andrehen möchte, es ist wissenschaftlich belegt. Und es dreht sich um deinen Atem. Dieser ist nämlich der schnellste Weg, wie du den spürbaren Stress in deinem Körper wirklich von 100 auf fast 0 bringen kannst und das sofort. Das Interessante bei unserer Atmung ist, dass wir es eh immer machen, jeder atmet, allerdings unterbewusst. Und wenn wir unter Stress stehen, verändert sich die Atmung ebenso unterbewusst. Wenn wir jetzt mithilfe unseres Atems unser ganzes Nervensystem beeinflussen möchten, müssen wir aktiv Kontrolle über die normalerweise unterbewusst stattfindende Atmung ergreifen. Denn was vielen nicht bewusst ist, ist, dass unsere Atmung auch die Herzfrequenz beeinflusst. Beim Einatmen vergrößert sich der Raum, in dem unser Herz sitzt. Dadurch weitet sich auch das Herz ein wenig und das Blut, welches sich in dem Moment im Herzen befindet, hat einfach auch mehr Platz. Was wiederum bedeutet, dass das Blut langsamer zirkuliert. Und da unser Körper ziemlich klug ist, registriert er dieses langsamer zirkulierende Blut im Herzen direkt, sendet dieses Signal zum Kopf, welches wiederum ein Signal zurück zum Herzen sendet und eigentlich sowas sagt wie Hey, pump mal ein bisschen stärker, damit dieses gesamte Körpersystem hier weiter funktioniert. Denn es scheint ja so, als sei der Blutdruck geradezu niedrig. In einer Stresssituation wollen wir natürlich genau das nicht, denn ein stärker pumpendes Herz führt zu noch mehr Stressgefühl. Jetzt führt natürlich das generelle Einatmen nicht direkt zu mehr Stress, jedoch ein längeres und vor allem auch intensiveres Einatmen als das Ausatmen. Das schon. Was du also machen musst, ist deinen Atem dahingehend zu kontrollieren, dass du kürzer einatmest, als du ausatmest. Denn in dem Moment passiert das Gegenteil mit dem Herzen. Es hat mehr Platz, der Blutdruck steigt und das Gehirn sorgt dafür, dass das Herz langsamer schlägt. Wenn du also relativ schnell dein Stresslevel herunterschalten, fahren, bringen möchtest, dann musst du langsamer und kraftvoller ausatmen, als du einatmest. Und das Spannende an dieser Technik ist, dass sie wirklich direkt in Echtzeit sofort wirkt. Du musst dir keine 10 Minuten Auszeit nehmen, sondern kannst es direkt während der Arbeit oder sogar in der Präsentation auf der Bühne kontinuierlich machen. Wenn du dich jetzt wirklich in einer absoluten Stressphase befindest, dann gibt es eine spezielle Übung, die nur 30 Sekunden dauert und sofort für einen entspannten Zustand sorgt. Atme zweimal ein und dann so lange wie möglich aus. Das sieht dann echt so aus. Das Wichtige ist, dass du beim ersten Mal so viel Luft holst wie möglich und dann das zweite Mal nur noch so dieses letzte kleine bisschen ausnutzt, um nochmal mehr Luft zu holen. Und auch wenn sich jetzt diese Technik eher so anfühlt, als würde sie stärker einatmen, als du ausatmest, findet im Körper etwas super Spannendes statt. Unsere Lungen sind aus lauter kleinen Säckchen geformt. Und wenn wir unter Stress stehen, dann kollabieren diese unter zu viel CO2. Dieser kleine letzte Einatmer bei der Übung schafft es, den Säckchen wieder Platz zu geben und sie vom CO2 zu befreien. Das Resultat ist außerdem, dass dein gesamtes Blut direkt extrem effizient von zu viel CO2 befreit wird. Genau das ist dann nämlich auch der Grund, weshalb die Technik so effizient ist. Das Ganze heißt natürlich nicht, dass Techniken wie Meditation nicht wirkungsvoll sind. Im Gegenteil, sie sind es extrem langfristig betrachtet. Aber wenn du einen direkten, schnellen Weg in Echtzeit, in dem Moment benötigst, dann ist dieser physiologische Weg der beste. Probier es aus, schreib mir deine Erfahrungen in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, like always, trink genug Guayusa, stay positive and energized. Dein Sebastian von Guia.